Bayerli Türk Dunkelbrauner Hengst gilt neben Godolphin Bab und Dali Arabien als einer der Stammväter des englischen Vollbluts. Er wird in der Literatur verschiedentlich als Araber oder als Achal-Tekiner, genauer als Tukmene, dessen heutiger Nachfolger der Achal-Tekiner ist bezeichnet. 1688 gehörte er zur Beute, die nach der Schlacht bei Buddha dem türkischen Heer abgenommen wurde. Anschließend diente er seinem neuen Besitzer und Namensgeber, Kolonel Robert Bayerli als Kavaleriepferd und kam im Krieg König Wilhelms III. von England gegen Jakob II. in Irland zum Einsatz. Als Rennpferd ist Bayerli Türk nur einmal erwähnt, 1690 gewann er bei Down Royal ein Rennen. Spätestens ab 1701 stand der Hengst zur Zucht in den Gestüten von Kolonel Bayerli. Die Zahl der gut gezogenen Stuten mit Stammbaum, die Bayerli Türk gedeckt hat, ist scheinbar gering. Trotzdem haben mehrere Nachfahren berühmte Vollblutlinien begründet. Seine direkte Vaterlinie führt zu dem hervorragenden Zuchtpferd Herod. Über seine Töchter nahm er immensen Einfluss auf die Entstehung der neuen Rasse englisches Vollblut. Nach abweichender Meinung stammte Bayerli Türk nicht aus der Kriegsbeute von 1688, sondern wurde in England gezüchtet und ist ein Nachfahre von Place White Türk.